Heute ist es endlich soweit, die Minecraft Time Map wird freigegeben, also bewerte den Part und viel Spaß. Wer es nicht kannte, Minecraft Time war ein Langzeitprojekt von mir, was damals aus dem Projekt von Gronkh entstanden ist, und zwar After Humans und hier haben wir einiges über die Jahre hinweg gebaut. Also ich muss dazu sagen, das meiste ist wirklich im Survival entstanden, die letzten Sachen im Kreativmodus, um die Map halt irgendwie fertig zu machen und manche Sachen sind wirklich nice geworden. Ich glaube, der Kunde wartet hier schon sehr lange. Und wir schnappen uns jetzt hier so einen Bus und packen den hier raus und fahren damit in die Basis. Okay, verdammt, die sitzt hinten. So, mit dem Bus bin ich noch nicht so oft gefahren. Kann auch sein, dass gleich kurz der Server abstürzt, wenn wir uns der Basis nähern. Das ist halt immer sehr, sehr krass. Ihr müsst auch, wenn ihr die Map verwendet, also am besten ist eigentlich, wenn ihr die auf dem Server spielt, aber die funktioniert auch im Singleplayer, sofern euer PC halt nicht so schlecht ist. Und difficulty peaceful, mal die ganzen Monster hier wegmachen. Okay, die Stadt ist hauptsächlich im Kreativmodus entstanden, aber... Die Basis nicht. Da war ein Landwärtsgleich. Hier wurde auch nochmal richtig schön gebaut. Da hinten sind auch ein paar Baustellen, wenn man jetzt hier durch die Bäume mal schaut. Hier sind überall diese kleinen Häuser. Und das krasseste Haus, ohne Witz, das ist ein Projekt für sich, ist das hier. Das ist wirklich so krass. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr euch die Map runterlädt. Das wird nicht sehr, 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 sehr detailliert. Also müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. So, wenn in drei Zügen, wer kennt es nicht? Und jetzt düsen wir mal in die Basis. Oh, ich dachte schon, der Server stürzt ab. Da wird es voll lange Leck gewesen. Die Chunks sind auch alle entladen, also im Normalfall müsste der nicht überall drankommen. Und hier sind auch meine Anziehsachen drin. Also alle... Warum ist das so groß? Das sind alle meine Klamotten, die ich habe. Hier sind auch meine Werkzeuge drin. Ein Backpack könnt ihr euch gönnen. Und hier müsstet ihr eigentlich spawnen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, erst nach links oder nach rechts. Falls ihr hier umbauen wollt, weiterbauen wollt die Map, schickt mir ganz gerne Bilder auf Twitter. Und taggt mich dabei, einfach mit Debitor. Und dann sehe ich mir die Dinge auf jeden Fall mal an. Also wenn ihr irgendwas fertig baut, umbaut, richtig schön macht, lasst auf jeden Fall das Bild irgendwo da, damit ich es sehen kann. Oder das hier haben wir auch zu Ende gebaut. Das ist einfach so cool. Hier gibt es den Debi Burger und den Time Burger für nur 3,99. Hier auf der Seite ist noch ein Café entstanden. Das war letztes Mal noch nicht fertig. Und hier ist immer noch der Asiate. Ah, Achtung, Baustelle, hier ist noch was kaputt. Sonst mal eben durchdrücken. Wie gesagt, die Chunks sind alle entladen. Das heißt, wenn ihr die Basis betretet, passiert nämlich folgendes. Und zwar fängt das System dann erst wieder an zu arbeiten. Ihr seht gerade, hier ist alles aus. Obwohl das ME-System eine dedizierte Stromversorgung hat. Nur das ist, weil wir nicht in Chunknähe waren. Das fährt jetzt gerade erst hoch. Die Stromversorgung von meinem ME-System ist hier unten. Und müsste auch gleich an sein. Dann erscheinen auch alle anderen Sachen oben auf dem Bildschirm. Und der Reaktor kriegt, wenn das ME-System startet. Ah, jetzt fängt es langsam an. Erst seinen Kraftstoff und fängt dann an, sich zu bewegen. Also wenn ihr die Map wirklich spielen wollt, am besten auf einen Server. Die Chunks laden und dann geht es auch los. Ah, genau. Hier fängt der Reaktor an, sich zu bewegen. Die Lorem ist auch wieder voll. Perfekt. Teile, die nicht fertig geworden sind, habe ich dann mal abgesperrt in der Basis. Mit so einem Flatterband, eigentlich voll gut. Und hier ganz unten ist dann noch die Waffenkammer. Da könnt ihr euch dann auch mal ein bisschen austoben mit. Ihr habt ja die Map. Den Rest würde ich jetzt nicht zeigen, weil ich hatte ja letztens schon eine Rundtour gemacht. Wer die noch nicht gesehen hat, die ist in der Videobeschreibung oder ich blende euch die mal ein. Ansonsten könnt ihr euch einfach die Map runterladen und das Ganze euch selber angucken. Dennoch viel Spaß mit der Map und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für das Modpack Time. Und auf jeden Fall ein Abo da lassen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Also bewert den Part und Tschüss.